Ja, da droppen wir mal alles, Resh, da ist noch Eisen, da, da liegt auf dem Boden. Ey, ich nehm Eisenspitzhackel. Ne, 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 nicht direkt. Ja, nehm die Eisenspitzhackel, da droht er aus. Wie viel Gold brauchst du noch für den Bau, Vermis? Zwei. Ja gut, das kriegen wir noch hin. Ja. Resh, da ist noch das Eisen, warte, das ganze Resh, wie viel hier habt ihr so, sagt mal so. Ich hab zwei Healing. Ich hab vier. Ich hab eins, zwei, drei, vier, fünf. Ja, dann gib mal eins zu Omix. Omix. Und da, Resh, Resh, da nimm ich ganz, nimm was Eisen die ganze Zeit, mach. Jo. Resh, wie viel Heels hast du jetzt schon? Einer. Okay, warte, da ist noch einer. Reizender Ball, Eisen, noch ein Eis, ich hab zwei. Hier. Da ist noch das Eisen. Okay, wir können ja noch einen dritten Heelport machen. Ey, je nachdem, ob die Stärke direkt trinken, werfen wir noch nicht. Ja, Speck, guck an, ob die Stärke, äh, Stärke trinken. Ja. Weil, wenn die dann ja auch nicht der getrunken haben und auf drei Minuten warten, werfen wir noch direkt hinterher rein. Ja, Resh, ab jetzt gehst du die ganze Zeit nur Spawner und holst dir dein Eisen. Okay. Geh rein. Habt ihr alle drei Erbrust? Ja. Geh auf. Oh mein Gott. Hat er noch Gold übrig? Ne. Ah, ich hab nix mehr. Ich hab drei Korps. Ich hab drei Korps. Er spaut nur noch eins, mach einfach noch einen Eisenpäge für jemanden, dann hat er noch ein Gold. Das bringt nix mehr. Ich hab noch drei Eisen, noch drei Eisen. Jo, kannst du noch hier ein paar machen? Hast du vier? Jo. Okay, jetzt wohnt der Fünfer. Guck, ob die Stärke trinken. Ich hab meine Stärke schon mal. Äh, ich hab noch einen, noch ein Gold hier. Ja, das bringt nix. Ja, egal, ich mach den. Nicht, nein, nein, noch nicht, noch nicht, noch nicht, noch nicht, noch nicht. Acht Sekunden. Ah, ne, fünf, fünf Sekunden, fünf Sekunden, fünf Sekunden. Die trinken keine Stärke, oder? Die trinken, die trinken, die trinken. Die trinken, die trinken. Einer hat drinnen. Ey, wir haben wahrscheinlich einen GP. Ja, ich glaube schon. Ja, okay, spampt die, spampt die mit 13 noch. Rettungsdorfung, Rettungsdorfung. Habt ihr mitte? Habt ihr noch mitte? Nice. Baut, 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 baut. Sollen wir auch mitte gehen, oder? Ja, komm, zur Mitte, komm, mitte. Giel, tranquill. Tranquill, tranquill, tranquill. Ich trink schon mal stärker, falls du noch eine EP machen. Geh durch ne Wand, geh durch ne Wand, schnell. Ja. Du hast noch die EP, ne? Ja, ja. Ey, wenn ihr damage habt, trinkt, schieß es, Mann. Ich höre die ganze Zeit noch damage bei euch. Ich muss in den Nahkampf gehen, weil ich hab eine Stärke getrunken. Naja, ich trink jetzt nicht, die alle Stärke, die wir haben jetzt. Warte, kann ich nicht hinter die EP werfen? Ja, kanntest du, aber jetzt nicht. Jetzt noch nicht direkt. Das heißt, wenn ich eine Stärke noch eine Minute hab, dann wäre ich... Also, baut euch ein, Mann. Haben alle? Nein, zwei haben bei denen Stärke. Der linke nicht, der ganz linke. Ja, dann geh ich auf den gleich, oder? Ja. Du könntest halt echt auf den EP werfen. Wir brauchen noch einen guten Sport. Nein, ich bin das wieder alleine, der Hagebuttentee. Das Band. Lass uns probier das echt mal, der ist total abgetrennt. Okay. Wir werden... Ne, jetzt ist er in der Mitte. Der kommt bitte. Der kommt bitte. Soll ich einfach werfen und klatschen? Paar Gebuttentee hat einen Schott. Ja, haben die 13 noch? Ne, ne? Doch, doch. Der Hagebuttentee hat keine Stärke, Lasse. Probier es mal. Ne, ne, ne. Der kann ich jetzt so weg nach unten. Du kannst da auf diese... Hinterhin ist ja ein Block eine Wand betrinkt hier. Oh, baut einfach dann. Ja, oder lass sich da ein bisschen mehr verschwindet. Ja, 1,30 habe ich nur Stärke. Lasse, wie lange du noch? Lasse, probier es jetzt, oder? 1,6. Soll ich jetzt werfen? Ja, werf, werf, werf. Ich laufe mit Stärke hinterher. Links, links. Ah, ich bin mit 13 noch weg. Schön. Schön, oh ja, ich habe gewonnen. S-1 ist ja auch noch. Boah, Digga. Okay, ich gehe auch, äh, ich rufe die noch mal. Ja, ist klar. Danke. Und Pub和 allesmunkte.